Probleme beim Abrollen des Geschenkpapiers? Heute zeigen wir euch wie ihr mit einer Klopapierrolle ordentlich das Geschenkpapier abrollen könnt. Ihr braucht eine Schere und eine Klopapierrolle. Ihr nehmt euch die Rolle und schneidet sie einmal durch. Diese muss nur über das Geschenkpapier gelegt werden und ihr seid fertig. Findest du die Buchstaben? Es gibt 22 Stück. Bis zum nächsten Mal.